Tja, das ist unsere eigene Verantwortung, aber natürlich schauen auch andere auf das, was da im Moment im Netz passiert in Sachen Falschmeldungen. In Berlin sprechen wir jetzt mit Arne Schönbohm, der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik. Er ist bei Christiane Mayer. Ja, guten Morgen Susanne. Ja, das Bundesamt soll uns beschützen und vor allen Dingen auch den Bundestag und die Parteien. Guten Morgen, Herr Schönbohm. Guten Morgen. Nun wissen wir, dass es in den letzten drei Jahren viele Hackerangriffe gegeben hat auf dem Bundestag, auf Parteien. Denn die Frage ist, und das fragt sich wirklich jeder, wer steckt dahinter? Naja, es stecken immer verschiedene Gruppierungen dahinter. Beim Bundestag zum Beispiel, wir haben ja auch die im Bundestag vertretenen Parteien sind angegriffen worden. Im Sommer diesen Jahres, im August, im September haben wir davon Kenntnis bekommen, haben dann die Parteien informiert. Derjenige, der dahinter steckte, das war wohl die Gruppe APT28. APT28 können wir technisch gesehen sehr genau fokussieren und nachstellen. Das kommt wohl aus dem russischen Staatsgebiet und der Verfassungsschutz, die Kollegen vom Verfassungsschutz haben ja sehr klar gemacht, dass in der APT28 wohl die russische Regierung steckt. Die russische Regierung, welche Interessen können die haben? Warum schöpfen die zum Beispiel Bundestagsabgeordnete oder eben Parteien ab? Was wollen die damit? Naja, es geht darum, das sind wie eine Art Spinnendoktoren. Wir haben ja einen hochsensiblen Wahlkampf, wir alle sind hochnervös dementsprechend. Und zur richtigen Zeit die richtigen Informationen nach draußen zu bringen. Das hat man gesehen im amerikanischen Wahlkampf. Auf einmal war das Thema Clinton, E-Mail-Affäre und andere Themen wurden auf einmal hochaktuell, hochbrisant. E-Mails wurden gestohlen, teilweise der demokratische Vorstand ist zurückgetreten. Das haben wir auch schon in anderen Ländern gesehen. Wir haben es gesehen in der Ukraine. Und wir stimmen uns natürlich sehr massiv auch dementsprechend ab, zum Beispiel mit den französischen Kollegen. Was passiert gerade beim französischen Präsidentschaftswahlkampf? Und wir bereiten uns hierauf auch in Deutschland vor. Das haben wir ja auch bei der Konferenz zur Vorstellung des Lageberichts 2016, hat der Bundesinnenminister das ja auch bereits dargestellt. Heute findet auch ein IT-Gipfel statt hier mit Präsident Hollande, also deutsch-französische Zusammenarbeit. Aber was können Sie denn tun? Wie können Sie eigentlich die Abgeordneten, wie können Sie die Parteien schützen vor einem Angriff, der ja offensichtlich ins Herz der Demokratie zielt? Also wir sind erstmal hingegangen und haben im September bereits die Parteien darüber informiert. Wir haben bestimmte Sensibilisierungsmaßnahmen angeboten. Wir stellen bestimmte technische Unterstützung zur Verfügung, sodass die Angriffe deutlich schwerer werden durchzuführen. Und wir stellen auch hier bestimmte Dienstleistungen zur Verfügung, damit die Demokratie weiter geschützt wird. Weitere Informationen sind zum Beispiel, wir haben unterschrieben ein European Secure Cloud Label gemeinsam mit französischen Partnern, wo zum Beispiel auch Clouds besser nochmal geschützt werden sollen. Und all das dient dazu, dass wir sensibler sind, dass wir besser umgehen können, aber auch, dass wir technische Möglichkeiten haben, um darauf besser reagieren zu können, um diese Angriffe dann auch abzuwehren. Sind Sie denn auch der Meinung, dass man strafrechtliche Maßnahmen einführen muss, um zum Beispiel Fake News zu verhindern? Oder aber um vielleicht, das könnte man sich ja vorstellen, wenn man weiß, wer gehackt hat, diese Menschen auch zur Verantwortung zu ziehen? Ja, wir haben ja festgestellt, man hat ja manchmal den Eindruck, das Internet ist ein rechtsfreier Raum, wenn man sich anschaut, was man alles für Nachrichten liest. Aber denken Sie an den Telekom-Vorfall mit 900.000 ausgefallenen Haushalten. Drei Tage später wurde die Botnet-Avalanche-Infrastruktur hochgenommen. Das ist die größte Botnet-Infrastruktur der Welt, die gemeinsam mit Unterstützung des BSI hochgenommen worden ist, organisierte Kriminalität. Und da passiert natürlich eine ganze Menge. Und das führt dann auch zu entsprechender Strafverfolgung. Das ist schwierig, aber es ist machbar. Ich muss jetzt ganz kurz sagen, ein Botnet ist jetzt nicht für jeden geläufig. Das sind sozusagen automatisierte Nachrichten, die eingespielt werden, kann man vielleicht verkürzt sagen. Warum sind die gefährlich? Naja, am Ende sollte jedoch der Mensch dahinter stehen, der eine Nachricht verkündet. Wir haben am Tag 380.000 neue Schadprogramm-Varianten. Genauso haben wir eine Vielzahl von Fake-News durch automatisierte Rechner geschieht. Und es geht darum, dass am Ende Menschen dahinter stehen und nicht Maschinen ihre Meinung kundtun sollten. Ihr Amt wird aufgestockt. Sie bekommen ein Drittel mehr Personal. Muss man denn das Problem richtig groß machen, damit man auch richtig viel Geld bekommt? Nein. Das BSI gibt es ja seit 25 Jahren. Und es ist so, dass zum Beispiel das IT-Sicherheitsgesetz, wie in diesem Jahr nochmal aufgestockt worden sind, um rund 15 Prozent. Im nächsten Jahr um rund 30 Prozent. Das liegt daran, weil sich die Gesellschaft immer weiter digitalisiert. Weil sich die Meinungsmache immer weiter digitalisiert. Und genauso muss natürlich die Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung die Cybersicherheit. Und das ist das, was das BSI, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, darstellt. Nochmal ganz kurz. Machen Sie sich Sorgen wegen des Bundestagswahlkampfes? Dafür sind wir da, dass wir uns Sorgen machen. Aber es geht ja nicht darum, Sorgen zu haben. Es geht darum, die Herausforderungen zu bewältigen. Und das machen wir mit unseren Mitarbeitern. Dankeschön. An Schönbaum war das vom BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Und die haben viel zu tun, weil 2017 im Wahlkampf rechnet man doch mit dem einen oder anderen Angriff auch noch. Damit zurück zu euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.